Die hochauflösende Bewegungsmelderkamera überzeugt mit einer großartigen Videoqualität und diskreter Optik. Legen Sie den Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Die Bewegungserkennung können Sie direkt an der Kamera aktivieren oder Sie nutzen die Fernbedienung. Die manuelle Videoaufnahme kann nur über die Fernbedienung erfolgen. Suchen Sie eine geeignete Stelle an Ihrer Wand für die Kamera und starten Sie die Aufzeichnung oder aktivieren Sie die Bewegungserkennung. Hier sehen Sie nun das beeindruckende Originalbild der Kamera. Auch der Nachtsichtmodus sorgt für detailreiche Aufnahmen. Erwerben Sie die Kamera auf www.alarm.de www.alarm.de